Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Ja nach der Rennerei in der letzten Folge habe ich es hier oft ein bisschen entspannt angehen lassen. Wie ihr sehen könnt sind wir schon am letzten Herbsttag. Ja ich habe neben Holz sammeln und mich um die Nahrungsmittel kümmern die Geschichte hier hinten bei den Eseln einmal vollständig fertig gestellt. Den Zaun, das Wohnhaus und dass wir da vorbereitet sind und ich bin offen und ehrlich ewig möchte ich mir da keine Zeit mehr mit lassen. Damit wir dann endlich nicht mehr laufen müssen. Ja dann habe ich hier bis auf die letzten paar Kleinigkeiten auch das dritte Haus hier schon soweit gebaut. Das machen wir jetzt mal gemeinsam fertig. Dann müssen wir uns wohl oder übel eben einmal auf den Weg nach Viestovia machen. So fertig. Da ich, ihr könnt es oben rechts erkennen, eine kleine Quest angenommen habe. Was ist denn hier? Wir sollen eine Standfackel bauen. Dafür haben wir aber nicht genug Material. Dann hat mich die Sammelwut. Da hat uns die Sammelwut wieder Punkte gebracht. Zwei Punkte einmal in der Gewinnung. Da wir Maultier schon durch haben. Gucken wir mal in meinem Schatzjäger. Da erwartete Gegenstände in Ton. Haltbarkeitsverlust. Äxte wäre nicht grundverkehrt. Spitzhacken und Schaufeln. Mehr Rohstoffe bei Erzen. Weniger Ausdauerverbrauch bei Gewinnungsaktivitäten. Ich würde sagen, wir gehen auf die Axt. Da würde ich auch direkt beide Punkte reinschmeißen. Dann haben wir hier noch in der Produktion ebenfalls zwei Punkte. Ich glaube, das sind doch die ersten. Bis auf die drei. Ne, hier. Handwerker hatten wir schon mal. So. Handwerker, Baumeister, Kochexperte, Baubesessenheit können wir noch nicht. Kochwissen. 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Arbeiten in der Küche. Ist das neu, dass du dreimal dieses mehr Erfahrung haben? Ich würde sagen, nähen werden wir nicht so viel, aber kochen voraussichtlich. Kochexperte ist schnelleres Herstellen. Das ist uninteressant. Wir packen die beiden Punkte hier rein. So. Sind wir da auch soweit mit durch. Dann hier nochmal der kurze Überblick. Es sind noch, ja, runden wir das mal auf auf 1800. Dann sind es noch 700 Punkte zum Holzschuppen 2. Ja, von der Kräuterte 2, da träumen wir noch länger von. Zum Gänsehaus sind es noch nicht ganz 110. Und zur Schmiede 2, ja, auch noch. Was sind es? 76 Punkte. Das ist auch nicht mehr so weit weg. Gut. Sehr schön. Bis dahin. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Biastovia. Ja. Bisschen Flax kaufen. Ja, und ich würde sagen, wir, auch wenn es nicht viele Münzen bringt, aber wir nehmen uns noch ein paar Werkzeuge mit, von denen wir sehr viel haben, wie zum Beispiel die Holzhämmer. Zehn davon. Dann nehmen wir zehn Schaufeln nochmal mit. Wie gesagt, bringt alles nicht die Welt, aber... Zehn Steinwerkzeuge. Spitzhacken haben wir noch nicht so viele. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt noch so viele Steinmesser mit, wie wir tragen können. Das sind 30 Kilo. Das sind wir minimal überladen. Kann ich noch irgendwas... Irgendwas hier lassen, was ich nicht zwingend brauche. Ist auch egal, so langsam sind wir nun ja auch ja nicht. Dann essen wir noch kurz was. Dann machen wir uns wohlgeschnärt... ...gestirbt, wollte ich jetzt sagen. Deswegen machen wir uns auf den Weg. Bisschen Flax kaufen. Damit wir diese Quest hier noch erfüllt bekommen. Ich sollte hier vielleicht nochmal einen zweiten Weg bauen. Ich gehe auch nicht immer durch die Pampa. Ja gut, und dann haben wir dann auch am nächsten Tag ja bereits Winter. Dann können wir also die Quest mit Otka fortsetzen. Da sollten wir auf die nächste Jahreszeit warten. Ich hoffe, dass er seinen Vater nicht gelüncht hat. Aber das hört sich ja nicht so an. So cool wäre ja, wenn wir jetzt irgendwo was am Wegesrand finden. Da ist dann Flax drin. Das wird wohl ein Traum bleiben. Aber... Das wird wohl ein Traum bleiben. Ja, und ich dachte mir, wir werden in der letzten Folge so viele Wege geschnitten, dann können wir jetzt nochmal wieder einmal gemeinsam laufen. Ja, und dann wäre ich natürlich in der nächsten Jahreszeit. Ich werde jetzt nicht nochmal nur deswegen nach Ostdeuer laufen. Aber wir wollen ja mal gucken, da wo es möglich ist, unseren Dorfbewohnern, die noch keinen Partner haben, einen zu besorgen. Ganz vorne steht dann natürlich die Bäuerin. Ne, die Bäuerin hatten wir doch schon. Die... Ja, sag schon, die Dame, die jetzt unsere Felder bestellt. Da haben wir auf jeden Fall noch Arbeitsplatz. Gegebenenfalls packt man schon mal einen in die Scheune, wobei ich das noch nicht sehe. Das krieg ich aktuell noch selber gebastelt. So viel ist da ja noch nicht los. So, hallo, Pia Stovia. So, und ich denke ja mal, dass... Maroslav oder wie er auch noch hieß. Ne, wo ist Maroslav? Wer ist er? Balim? Du bist ja aus der Schenke, alles klar. So, ähm, was ist denn hier? Ist heute... hast du einen freien Tag oder was? Ne, da ist er ja. Hallo da. Zeig mir mal deine Ware. Ich brauche fünf Lacks. Wobei als allererstes brauchst du... Ihr seht es, 45 Münzen. Hier bekommen wir glaube ich nur 30. 35. Okay, 60 Steinmesser, 150. Hört sich schon nach was anderem an. So, dann haben wir jetzt 1400. Wir werden natürlich auch mit Freischaltung noch ein bisschen was brauchen. Was kostet, ist wenn ich den ganzen Flachs mitnehme. 240. Ja. So, genau. Machen wir das jetzt. War noch irgendwas ganz wichtiges, was ich brauche? Apfelbaumsetzlinge, aber ich glaube da lasse ich mir noch... Ne, die sind mir... 78 Münzen. Ne. Hat noch ein bisschen Zeit. Gut. Dann einmal retour. Servus. Was ich jetzt gerade noch überlege... Können wir uns die... Gut, dann hätte ich den Flachs jetzt nicht kaufen brauchen, aber ist auch ja egal. Und... So, du verkaufst nur die fertigen Waren und wer verkauft die Rohmaterialien? Du doch nicht. Wo ist L? Da ist L. Aber eh auch nicht. Kann ich das bei dir gerade übersehen? Kann ich das bei dir gerade übersehen? Jetzt diese eine Standfackel, die wir bauen müssen jetzt, in Anführungsstrichen, um die Quest zu erfüllen. Ich denke mal am Brunnen erstmal. Ich denke mal... Ich denke mal... jetzt theoretisch wir brauchen drei steine und stock dafür unterwegs schon mal einsammeln weil wir fürs leinen gewebe ja eh noch mal an die box müssen ich würde pauschal mal behaupten dass die sammelei hier nicht von nachteil ist du bist ein stein du bist ein stein die sachen schon mal zusammen sie ist nachgespawnt wahrscheinlich nicht ja ihr seht ich war hier fleißig am holzhacken das geht jetzt auch schon da hinten bei den elchen dahinten bis an den weg an hilft ja nichts wir brauchen material roll so willkommen zurück ich wünschte ich hätte auch einen besonderen was so dann darfst du mir einmal unseren einen flachs nehmen die flachshalme ja auch mal mit gleich verarbeiten so und dann das leinen gewebe elf stück haben wir davon gefunden alles klar wir brauchen eins ja ja im brunnen oder eher nicht so am brunnen gut als allererstes müssen wir sowieso das ist das schimmer da verkaufen jahrhundert münzen aber bitte dann bauen wir halt hier ist da ein weg das mal weg gehen danke so beleuchtung standbacke so sprich mit isa slav wo ist isa slav zu hause ist er am fegen schön dich zu sehen gibt es jetzt genug wackeln oh ja es ist viel besser wobei die schatten die in ihrem flackernden licht tanzen einem schon eine gänsehaut bereiten können schatten kann auch ganz niedlich sein schatten häschen zum beispiel blödsinn tut mir leid aber mehr kann ich nicht tun der sonne des das untergehen zu verbieten übersteigt meine fähigkeiten ja unser dorf sieht jetzt viel besser aus drei sehr schön mit die quest erledigt bevor sie verfällt dann würde ich sagen gehen wir noch kurz in die nähere rei obwohl erst mal in die scheune spät ist das 18 40 da waren wir nicht waren wir nicht zu spät das hier mal noch verarbeiten ja dann haben wir jetzt was die felder angeht auch alles zugewiesen außer mon da sehe ich jetzt aktuell noch nicht so den großen sinn und zweck dahinter müssen wir hier allerdings jetzt noch mal 50 münzen ausgeben aber mehr gerne ersten sieben leingarn selbst her ich bin irgendwie gewillt aufgrund der symmetrie beim brunnen auf der anderen seite auch noch eine stein fackel zu setzen drei steine die 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 können die steine auch erstmal aus dem lager nehmen so stück kann es mir noch genug haben Ja, das passt. Hier wahrscheinlich auch den Einwege mal wegbasteln. So, nice. So, dann ist der Brunnen schon mal beleuchtet. Dann hat er schon mal was. Ganz kurz speichern hier. Ja, sehr schick, sehr schick. Da werden wir natürlich mit der Zeit nicht nur mit den Standfackeln. Ihr kennt es auch Staffel 1. Ich habe die Standfackeln meistens an den Häusern verwendet. Die andere Geschichte... Oh, wir haben kein Brennholz mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, die Leinen-Samen können da rein. Der eine ist Stock, genau. So, wie viel Holzstämme haben wir? 62. Also das scheint ja dann jetzt doch gut zu laufen. Dann würde ich mal sagen, wir müssen mal 20 mit. Das heißt mit, das können wir ja hier erledigen. So, 80 Brennholz. Dann solltet ihr wenigstens über die Nacht kommen. Dann schnappe ich mir jetzt hier noch den Dung. Hier nochmal im Schweinestall. Ob wir da auch schon was raussammeln können? 160 Prozent. Na ja, gut, komm. Warte, fertig ist es. Fertig. Macht ihr morgen im sauberen auf. Neues Level Landwirtschaft. Ja gut, gucken wir uns das noch einmal an. Landwirtschaftsfertigkeitspunkte nehmen wir natürlich immer gerne. Wir wissen nach der Landwirt ja, würde ich sagen, ne, einer hier auf jeden Fall jetzt in die Dorfpfeife, weil wir uns ja zeitnah den Esel kaufen wollen. Dann würde ich sagen, geschickter Landwirt zusätzliches Getreide ernten. Wir gehen nochmal hier auf Haltbarkeitsverlust der Werkzeuge. Wobei ich nicht glaube, dass wir das, das betrifft ja, Fertigkeiten betrifft ja glaube ich nur uns. Na gut, dann würde ich sagen, wenn ich hier noch ein bisschen Dünger bastle, kommen wir für diese Folge zum Ende. Sehen wir uns in der nächsten Folge dann im Winter wieder. Ich denke auch direkt in Skauki. Ja, wie immer recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.